Teamaufgaben. Als Goldpartner können Sie in dem Programm der MSU-Linie mehrere Mitarbeiter in einem Team zusammenfassen und zu diesen auch Teamtermine hinterlegen. Teamaufgaben. Als Goldpartner können Sie in dem Programm der MSU-Linie mehrere Mitarbeiter in Teams zusammenfassen und zu diesen auch Teamtermine hinterlegen. Nun besteht auch die Möglichkeit, Aufgaben an Teams zu legen, statt immer nur an einzelne Mitarbeiter. Das bedeutet, wenn Sie beispielsweise im Aufgabenmodul eine neue Aufgabe erfassen, können Sie wie bisher die einzelnen Mitarbeiter wählen oder nun auch die entsprechenden Teams. Somit wird diese Aufgabe allen Mitarbeiter angezeigt, die dem Team zugeordnet sind. Dies kann zum Beispiel die Aufgabenliste in der Zentrale sein. ... Vielen Dank.